Jo man, ich bin's, ihr kennt nicht, ich bin aus eurer Gegend. Neulich hat mich einer von meinen Homies so gefragt, ey, wen findest du eigentlich am besten, Schnatterinchen, Pitti oder Moppy? Und ich muss ehrlich sagen, ich find den Moppy immer noch am besten, weil der erinnert mich so ein bisschen an Snoop Dogg. Und im Radio... Fritz!